Kann es sein, dass man jetzt überall runterfallen kann? Ist das so eine Art Bonus Level oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin... Hallo? Hallo, Brinne. Warte mal. Eint er jetzt mit sie, sie? Oder mit sie? Äh, ja. Ops. Hallo? Wie krank? Also, ich habe das ja schon am Anfang mal mit dem Patrick durchdiskutiert. Wie krank muss man sein, um dieses Spiel zu konstruieren? Also, ja, es waren Chinesen, die das Spiel gemacht haben. Aber... Oh! Nein. Das kann nicht sein. Wie schlecht muss man eigentlich... Ah, falsche Taste. Äh. Die Taste war das. Wie schlecht muss man eigentlich sein? Oh. Oh. So war es nicht zu machen. Stirb doch einfach. Nein, 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 nein. Ah. Hallo? Aua Nehmt euch den Hut Ey Nehmt euch den Hut Wow Ähm ja Samurai-Wespen Ich glaube das ist so Der chinesische Ableger Von Saints War Wow Saints War Kann ich jetzt einfach mal sagen Zeig mal was hier drin ist Was Ist das Für eine bescheuerte Maske Und Haben wir noch Blut auf dem Kleid Nein Die sieht aus wie eine Puppe Ganz ehrlich Manche Gerüche sind einzig Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln Oh mein Gott Was für Probleme Haben die alle Da ist ein Gin Ja Wo kam das Feuer raus Okay Eins Zwei Schießt das Feuer Das Feuer geht genau bis dahin Gut So Ja Ähm Ja 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 Hallo Bewegst du dich mal alles Nein Ich Komm mal rechts ja nicht So Ja Ah Hier ist noch einer Flieg Ja Nein Ähm Ja Das funktioniert nicht Das funktioniert Das funktioniert umso besser Ähm Okay Oh Oh Ja Und dann Dieb Klatsch Aua Hallo? Ähm, ja Ich kriege leichte Gänsehaut So seh ich nicht aus Oder so sieht Alice nicht aus Naja, obwohl die Maske auf dem Rücken Näh Wir behalten Äh Ja, ich heiße Alice Aber Wieso sollte ich nicht alles heißen? Das musst du wirklich Er weiß Dinge Er denkt sogar Dinge Ja, Dinge denken Ist wahrscheinlich sehr klug Achso, Alice Steht einfach nur drauf Gut Ich weiß nicht, was ich zu diesem Level sagen soll Ich hasse es Ich mag diese Puzzle nicht Deine Erfolge Im Kampf Und Rätseln Legen nahe Dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen Oder deine Niederlage verkünden Okay Okay Erstmal haben wir hier noch einen Dann Haben wir hier irgendwo bestimmt noch einen Da ganz oben Dinamo-Wespe Ich hasse dich Neues Ding draufsetzen Und das Ganze nochmal machen Zack 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 Jetzt bin ich drüber gesprungen Das kann doch nicht Sein Ja